Wohne mal Zeit für was Neues, bleibst du technisch nicht jetzt? Er hat doch so noch nie nachgelegt am Ende, ne? Ja, aber das kannst du auch vergessen. Das hat auch nicht das gebracht. Das war dann echt so, da bist du ja ein paar Runden gefahren, dann war Ende. Wo ist denn gescheuert? Hohohohohoho. Du findest ja nur schnell hier. Aber tatsächlich vom Sound hier der Golf, der wird jetzt noch ein bisschen in Fünf-Cyrinder rein. Ja ja, das ist alles von der Box, ne? Ja ja, aber schon. Cool. Ja, die gehen schon gut vorwärts. Ja, das sind die Geräusche, die kenne ich. Ja, das sind die Geräusche. Du hast keinen Handschalter. Nee, ich finde DSG geil. Ich muss auch sagen, ich habe hier noch als Handschalter. Ich bin jetzt letztens mal den F-Time gefahren. Übrigens, super geiles Auto. Dort auch mit Automatik dann entsprechen. Ja, es gab mit dem Missbrauch in Automatik. Geh rüber. Und das ist schon geil. Also mein nächster kriegt auch DSG. Ich wusste jetzt nicht, ob der mich gesehen hat, ob der mich gesehen hat. Ja, das ist manchmal die Frage. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen der Schnelllieferer, wie es ist. Ja. Ja. Hast du den neuen Sport auch noch schon bekommen? Ja. Hast du den F-12 schon gelesen den Test oder gesehen die Zeit? Nee, noch nicht. Nee, dann sage ich nichts. Ja. Das ist ein Arschloch, der mit dem Miganten. Ja, das soll er auch langsamer machen. Was denn jetzt, Junge? So, hier könnte es jetzt noch besser sein. Hier ist noch wieder gut. Eigentlich in einer Anwärtszone. Das ist noch nicht so gut. Das ist noch nicht so gut. Mein Fahrwerk ist besser, er rutscht immer alle vier Rädern, aber er rutscht kein Stück. Ja, ja, also dort sieht man es, hier merkt man es, dass es nicht rutscht. Du kannst doch hier am Karussell richtig schnell fahren, brutal. So schnell kann ich hier nicht fahren. Du kannst hinten mal wieder als ESB aus. Das erstens aber, ich glaube auch bei dir mit dem Fahrwerk jetzt. Das ist schon... Ich habe auch das Serienfahrwerk noch drin. Oh, hier ist auch noch was. Da ist schon ein Unterschied, das liegt auch gar nicht auf der Straße. Aber es ist jetzt von hinten von der Straße geschaffen, da kann man hier ins Punkt fahren. Ja, aber es ist zwar immer noch ein paar mit Fahrt, da muss man ein bisschen aufpassen. Lass es schon. Alles geht gut. Ja. 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 WSPOZ Direktoren pas. Ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja, klar. Man unterschätzt das manchmal. Aber das war auch überhaupt das Auto. Kann man nicht viel abwarten. Ja, cool, cool. Das merkt schon in deiner Erfahrung. Das hilft dem.